hallo leute willkommen zurück zu einem neuen video ich bin wieder am start hier komplett zersetzt von dem drachenkampf in der letzten folge und ja heute wollen wir uns rechnen bei diesem drache der dschungelbaum ist gewachsen ist natürlich sehr schön ja der plan folgender wir nehmen einfach nur ganz viele bögen und ganz viele pfeile von denen ich jetzt keinen abschlauerweise und bekämpfen den drach ich werde keine rüstung nehmen ich werde ein bisschen was zu essen nehmen so nicht mal sechs steaks reichen fertig aus dann schwert brauche ich jetzt auch nicht ich nehme nur so wenig wie möglich viele federn habe ich noch keine mehr cool ich brauche doch mal schwert und die noch ein paar hühnchen abschlachten denn ich brauche noch ein paar fehler und ich brauche noch sind allerdings habe ich ja noch irgendwo kies rumliegen dies kies kies hier perfekt das kann ich mit der schaufel noch mal keine schaufel merkt geil natürlich habe ich alle tools mitgenommen die ich habe dass sie alle schön kaputt sind jetzt so schaufel und ja dann gehe ich jetzt erstmal hühnchen farm und danach die gravel durch häckseln mit der schaufel dass ich ein bisschen flint raus bekomme und dann werden neue pfeile gemacht dann geht es und dann geht es weiter dann geht es weiter sie 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 was haben wir denn hier laubeeren so so okay also dann einmal wieder alles weggeschreddert was ich hatte ja komme ich auch meistens sagt sagt so lind und federn sagt 44 wieder teile ich mir diesmal aber schön auf macht immer so 14er päckchen sollte reichen gehen wir noch mal schlafen jetzt bin ich noch mal gespannt wie ich das jetzt ja ich mich schlage hier auf jeden fall weil die 14 nehme ich mit die nehme ich mit die federn und alles so zieht draußen wieder ein und jetzt wird gegen brachen gekämpft sonne geht auf 14 pfeil ich hoffe das reicht es muss auf jeden fall und ja hier kommen zu bären vielleicht falls ich dann bis zum jünger habe nur ein schnitzel essen will so genau ich habe nichts zu verlieren öffne dich da ist diesmal stelle ich mich in das haus scheiße ich hätte blöcke mitnehmen soll ich trotteln er kommt schon an moment ich muss hier durch das ist zum glück nur asche hier schon zwei pfeile geweißelt so läuft es natürlich oh schiesch komm stirb stirb junge stellt er sich natürlich genau so hin dass ich nicht treffen kann jetzt er wird sich nicht fragt mich warum soll mir recht sein scheiße daneben stirb 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 scheiß keine pfeile mehr ja ich hab'n drachen im nacken ich hab'n drachen im nacken nicht mehr ich hab'n drachen im nacken wo ist er alter chase muss los bruder ouch ouch aber ich hab's überlebt er sollte nicht mehr viel leben haben ich hole mir neue pfeile und dann bin ich jetzt auf dem besten weg ein drachen töter zu werden was die eisengolems haben ihn kalt gemacht ja moin es waren also safe waren dass die eisengolems wenn das nicht die eisengolems waren dann ok ja der war wahrscheinlich so wanted von so einem golem gut gemacht kollege dem muss jetzt erstmal screenshotten hier nice oh fuck falsche taste ja drache du warst stufe 4 hast uns mächtig geärgert wie viel leben 35 haben wir hier irgendwo noch einen frischen eisengolem ja wobei 35 herzen für den eisengolem kommt schon hin naja ok so das ist der drache ich habe ihn nicht erlegt oh naja ich bin einfach viel zu klein ich bin einfach viel zu klein so jetzt das blut so zweimal reicht eigentlich fire dragon blood da kann ich nämlich das schwert mit ähm tränken dann hab ich so ein feuer schwert und das macht halt richtig fett schaden so und du gibst mir bitte ein drachenei ja damn ein grünes nice one was war er stage 4 sag ich's doch ein grünes drachenei 15 dinge das reicht nicht für eine komplette rüstung aber das als nix so das war die ausbeute aus einem stufe 4 drachen niceness das drachenei geil das dorf ist jetzt komplett zerstört aber ja nice das war der drachenkampf aber ich wär ja nicht ich also ich theoretisch könnte ich jetzt die folge beenden weil wir haben ein drachenei ohne rüstung und wir haben noch nicht mal einen drachen dafür töten müssen ja cool wir haben hier die drachenhöhle mit dem drachen könnten wir es vielleicht irgendwann mal noch aufnehmen oder eben zur drachenanlage gehen die ich auch markiert habe bei ähm ips ja ganz weit hier drüben da und das wollte ich noch in dieser folge machen nämlich ähm waypoints benutzen da kann man so ähm steine mit machen und da kann man sich da immer hin und her teleportieren und das ist natürlich super praktisch so noch ein paar Beeren können wir jetzt essen so und dann ja können wir uns da rum und rum teleportieren da kann ich jetzt einmal hier gucken waypoint so hier ne waystone heißt der genau waystone da braucht man bricks die macht man aus clean stone und den machen wir aus kappelstone im Oven äh ja komm ich schmerz einfach mal ins deck so acht reichen auch schon so und dann brauchen wir noch diesen warpstone und den machen wir einfach aus lilaner Farbe vier Dingens und einem emerald ich hab zwei emeralds und die enderperlen hab ich ich hatte doch enderperlen ah ja siehst du doch oh da ist eine spinne schnell schlafen ähm ja und dann kann ich mir noch den lila Farbstoff herstellen einmal hier einmal da dann machen wir die grapes ja die kann ich nicht machen aber ich kann die dies aus wild berries und lapis machen ähm lapis habe ich hier nämlich auch noch gemmieden die menchanter so brauche ich zwei so dann kann ich mir jetzt die greystones herstellen so die hierhin eins wo eins wo da ach ne steht erst die Farbe lol so so es gibt nur vier ich brauch noch zwei lapis so noch mal zwei dann kann ich noch mal hier den key machen so ach reicht dann ja hier move und noch mal so 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 kann man nicht wecken ok und dann hier eins und zwei man braucht logischerweise immer zwei einmal um halt hier nach da und von da nach hier so spinne du nervst das war für eine spinne gut ok ähm dann würde ich sagen ich habe jetzt mal wieder nicht auf die uhr geguckt wie lange ich schon aufnehme aber ich gehe jetzt mal also nicht offline sondern ich höre auf aufzunehmen und mache dann in der nächsten folge die tour nach da hinten zur drachenanlage die man noch nicht sieht aber ich habe es ja gebaut ne zusammen mit einem aus den servers dann von damals und ja das war ein erfolgreicher drachenkampf abstauber ähm ja vielen Dank fürs zuschauen bis zur nächsten folge werden wir die drachenanlage besuchen und unseren ersten drachen ausprüfen bis bald bis zur nächsten folge bis zur nächsten folge bis zur nächsten folge bis zur nächsten folge bis zur nächsten folge